Herzlich Willkommen im ELB Lotusblüte TV. Mein Name ist Sanara Angelika und ich lade euch heute wieder mal ganz herzlich zu einem neuen Video ein. Ich hatte ja versprochen, dass wir demnächst wieder viele neue Übungen, ich euch hier per Video herüberbringe und wir dann gemeinsam diese Übungen ausprobieren dürfen können. Ja ihr Lieben, heute möchte ich euch mal etwas über den Körper sagen. Das heißt unser Körper, der ja sehr sehr intelligent ist, ist natürlich auch ganz wichtig, weil er uns immer wieder auch viele Botschaften gibt. Botschaften, dass etwas nicht stimmig ist, Botschaften vielleicht auch, dass bei uns irgendwo ein Defizit herrscht oder dass du vielleicht gerade ehemals gesundheitliche Probleme hast. Ja das signalisiert uns unser Körper und wir können natürlich oder dürfen und sollten sogar mit unserem Körper reden. Denn unser Körper, sprich unsere Organe sowie auch alle Körperteile sind sehr erfreut, wenn wir mit ihnen reden. Und natürlich sollte es so positiv wie eben möglich sein, denn wir haben ja nun viele, viele Zellen in uns. Und diese Zellen, die wir in uns tragen, sind sehr intelligent. Sie nehmen alles auf. Egal ob negativ oder positiv. Und heute möchte ich mit euch mal, ich sag mal, die positive Variante, die wir mit dem Körper oder wie wir mit dem Körper reden können, mit euch als Übung herüberbringen. Und dazu lade ich euch alle ganz herzlichst ein und ich sag einfach mal, bis gleich. Ja hallo, da bin ich wieder. Ja, heute geht es um unseren Körper. Und damit wir erstmal wieder selbst in die Ruhe kommen, zu uns finden, gehen wir jetzt mal in die Atmung. Wir atmen. Wir atmen ganz still und ruhig durch die Nase ein und durch den offenen Mund wieder aus. Und zwar machen wir das deswegen, damit wir jeglichen inneren Druck erstmal loswerden und in die Ruhe kommen. Also, wir atmen durch die Nase ein und durch den offenen Mund wieder aus. Und diese Übungen machen wir jetzt mal drei, vier Mal hintereinander und danach wirst du merken, dass du schon viel mehr bei dir bist und mehr in dich ruhen bist. Ja, ihr Lieben, wenn du das Gefühl jetzt hast, jetzt bin ich ruhig, jetzt bin ich in mich ruhend, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Körper. Unser Körper gibt uns täglich immer wieder viele, viele Signale. Mal mehr, mal weniger. Und deshalb ist es so wichtig, unseren Körper auch sehr, sehr wertzuschätzen. Denn unser Körper ist etwas sehr Wunderbares, wenn man sich mal vorstellt, wie er für uns arbeitet, wie wir von Geburt an, indem wir da schon in uns sind, bis zu unserem Tode, unserem Körper, für uns dienlich ansehen dürfen. Denn unser Körper, der sagt uns natürlich etwas. Er sagt uns auch, wenn wir nicht gut mit ihm umgehen. Er sagt uns auch, wenn wir negativ über ihn denken und immer wieder an ihn herummäkeln. Das machten wir auch ganz oft. Und da dürfen wir von wegkommen. Denn nichts ist so schlimm, als mit dem Körper negativ im Einklang zu sein. Unser Körper möchte, dass er anerkannt wird, dass wir ihn wertschätzen. Und ihr Lieben, wenn du jetzt vielleicht mal, ich sag mal, ein gesundheitliches Problem hast und festgestellt hast, Und das ein oder andere Organ will ja nicht mehr so, wie es mal war. Erst dann stellen wir es ja meistens fest. Erst dann wird es uns bewusst. Vorher ist für uns immer alles selbstverständlich. Jedoch, wenn es so ist, dann verzweifle nicht und nimm dir die Zeit und die Muße mit deinem Organ oder auch mit deinem Körperteil. Es könnte ja auch ein Arm, ein Bein, eine Hand, ein Finger oder was auch immer sein. Zu reden. Ihr Lieben, das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr wunderlich an. Jedoch, es ist so wichtig und so wertvoll, den Körper anzusprechen. Den Körper in sich mal die Wertschätzung zu gönnen. Die Liebe zu gönnen und vor allen Dingen auch mal nicht mehr alles so selbstverständlich anzunehmen. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir mal so eine Übung vollziehen. Ihr Lieben, vielleicht mögt ihr eure Augen schließen. Das bleibt euch überlassen. Oder aber, wenn du jetzt gerade, ich sag mal, ein Problem in deinem Körper verspürst, kannst du auch gerne eine Hand dorthin legen. Ich werde jetzt einfach mal auf unser Herz gehen. Unser Herz ist ja der Motor des Körpers. Und es ist so wichtig, dass gerade unser Herz sehr stabil bleibt. Und, dass wir es auch wertschätzen, dass unser Herz so stabil ist. Denn, alles würde im Körper nicht mehr funktionieren, wenn unser Motor nicht mehr funktioniert. Und jetzt mache ich mal mit euch gemeinsam eine Übung. Ich sage ja immer, ich mache sie jetzt fürs Herz. Wenn du woanders etwas hast, dann setze einfach gleich statt Herz das Organ oder das Körperteil ein, was für dich gerade nicht so stimmig ist. Schließe jetzt die Augen und konzentriere dich auf dein Körperteil oder dein Organ. und spreche jetzt laut folgende Worte. Liebes Herz, ich danke dir für deine wunderbare harmonische Zusammenarbeit mit meinem Körper. Du hast die Kraft, deine Zellen auf Heilung zu aktivieren. Denn du bist Liebe. Und ich danke dir für alles, was du für mich und für meinen Körper tust. Danke. Diese Übung kannst du jetzt mehrfach hintereinander wiederholen. Denn dein Körper wird es sehr wohltuend aufnehmen, jetzt deine Worte, deine Gedanken, deine Liebe und Wertschätzung jetzt zu erfahren. Wir machen es noch einmal und ich lege jetzt mal die Hand vielleicht auf meinen Magen, auf meinen Solaplexus. Wir schließen die Augen und ich spreche jetzt mal meinen Solaplexus, meinen Magen an. Lieber Magen, ich danke dir für deine harmonische Zusammenarbeit mit meinem Körper. Du hast die Kraft, deine Zellen auf Heilung zu aktivieren. Denn du bist Liebe, ich danke dir von ganzem Herzen für deine liebevolle Arbeit. Danke. Spürst du schon, wie sich jetzt etwas in deinem Körper regt? Und je öfters du diese Worte der Wertschätzung, der Liebe und der Heilung mit deinem Körper vereinst, mit deinem Organ, mit deinem Körper teil, umso wertvoller wird natürlich deinem Körper reagieren. Er wird es aufnehmen. Und da ja unser Körper von vielen, vielen Zellen, sehr intelligenten Zellen, durchflutet ist, wird natürlich jede einzelne Zelle diese Botschaft aufnehmen. Und sie gibt sie weiter, wie eine stille Post, einfach weiter von Zelle zu Zelle. Und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich dann, in dem Moment, wo die Zellen sich so richtig aktivieren, auf Heilung programmieren und aktivieren, natürlich etwas geschieht. Und das ist das, wo ich sagen kann, so ist es richtig. Ich freue mich einfach, wenn du dabei warst und wenn du wieder mitgemacht hast. Und sage ganz einfach, bis gleich, denn gleich habe ich noch eine ganz kleine Übung für euch. Ja, ihr Lieben. Da bin ich wieder, eure Sanara Angelika. Jetzt haben wir den Körper mal angesprochen. Vielleicht hast du noch nicht beim ersten Mal etwas gespürt. Auch das ist ganz normal. Denn wir haben ganz oft sehr große Erwartungshaltungen an uns. Und das kann natürlich unser Körper nicht alles gleich erfüllen. Wichtig ist, dass du dran bleibst. Dass du wirklich dir jeden Tag mindestens ein bis zweimal, ich würde vorschlagen, morgens und abends, dir die Zeit gönnst, mit dir und mit deinem Körper, deinem Organ oder auch deinem Körperteil zu reden. Und damit das für dich einfacher ist, ist es natürlich so, dass du auch jederzeit immer wieder dieses Video schauen kannst. Das ist hilfreich. Das ist unterstützend. Denn oft vergisst man ja auch etwas und sagt, wie war das noch? Wie spreche ich denn mit meinem Körper? Wichtig ist, dass du mit deinem Körper so positiv wie eben möglich sprichst. Und dass du dir wirklich bewusst bist, dass dein Körper alles aufnimmt. Ganz, ganz wichtig. Dein Körper nimmt wirklich alles auf. Wenn du etwas in deinem Körper stetig ablehnst, auch das nimmt er auf. Daher, versuche einfach, ich sag gar nicht versuche einfach, sondern mache es. Bitte, geh so positiv wie eben möglich mit deinem Körper um. Und erlebe deinen Körper dann auch in seiner vollkommenen Schönheit und in seiner Positivität. Denn unser Körper will uns nur dienen. Alles in uns, unsere Organe, unser Blut, alles was uns ausmacht, ist für uns einfach ein Geschenk. Und gibt es ein größeres Geschenk, als gesund und fröhlich und glücklich durchs Leben zu gehen? Jedoch kann ein jeder für sich etwas tun. Absolut etwas tun, um auch sich darauf zu programmieren, will ich mal sagen. Denn die Zellen wollen angesprochen werden. Der Körper möchte seine Wertschätzung, genauso wie du auch persönlich für dich deine Wertschätzung brauchst. Genauso benötigt auch der Körper die tägliche, immer wiederkehrende Wertschätzung und Achtung. Und ich hatte ja einen Satz kreiert für euch, ja, den ihr natürlich für euch nutzen dürft. Denn ich finde es so wichtig, gerade eben halt diesen Satz immer wieder für seine Organe oder für sein entsprechendes Organ oder auch für sein Körperteil zu nutzen. Ich gebe es euch nochmal hier rüber. Liebes und hier kannst du das entsprechende Organ oder Körperteil ansprechen, was für dich gerade nicht stimmig ist. Ich danke dir für deine wunderbare, harmonische Zusammenarbeit mit meinem Körper. Du hast die Kraft, deine Zellen auf Heilung zu aktivieren. Denn du bist Liebe und dafür danke ich dir. Ich danke dir von Herzen für deine Liebe. Ja, ihr Lieben, schaut euch immer mal wieder dieses Video an und prägt euch einfach mal den Satz ein. Wenn du ihn mehrfach hintereinander gesprochen hast, dann wird er bei dir verankert sein. Und dein Körper wird dir diese liebevolle Wertschätzung sehr, sehr danken. Und er dankt es dir mit seiner Harmonie, mit seinem friedvollen Zusammenspiel in deinem Körper. Denn alles, was in deinem Körper ist, sollte im Einklang sein, im Einklang des harmonischen Miteinanders. Denn nur dann ist wirklich alles Liebe pur. Und nur dann sind wir auch in der vollkommenen Gesundheit. Wir haben alle einen ganz großen Anspruch auf unsere Gesundheit. Denn nichts sollte uns jeder von fern halten. Daher bitte ich euch nochmals, nehmt euch die Zeit, jeden Tag aufs Neue, morgens und abends mit deinem Körper, deinem Körperteil zu sprechen, ihm deine Achtung, Wertschätzung und Liebe zu zeigen. Und erfreue dich dann an das, was dein Körper dir signalisiert. Ich wünsche dir nun ganz, ganz, ganz viel liebevollen Erfolg. Wünsche dir, dass es deinem Körper und dir immer wieder aufs Neue super gut geht. Und dass du dich wohlfühlst. Alles Liebe, das wünscht euch jetzt von Herzen eure Sanara Angelika. Und bleibt mir gewogen. Ich grüße euch mit einem Namaste. Alles Liebe. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020